aber es ist gerade was süßes ich weiß nicht warum ich so süßigkeiten geil bin gerade ich hatte gestern erst tiramisu aber irgendwie brauche ich das gerade ich war ansonsten relativ wenig hatte dieses wochenende glaube ich er muss eigentlich trägen ins in den kühlschrank der schokoladenüberzug schmelzt so qualität gold gold haben wir eher selten habe ich eigentlich mein mein stroh sie irgendwie nicht nirgends okay mein stroh wollte ich gucken habe ich das hier aus versehen rein verkauft das wäre jetzt natürlich so ein bisschen lust ich brauche noch mal eine scheibe kuchen ist denn jetzt tatsächlich mit der gabel bis sonntag auch noch mal kommt hab diesen kuchen glaube ich noch nicht mit der gabe hier ist überall kein ding na gut ich habe mein sushi ich gucke noch mal kurz zu meinem lockduft ding da oben erst noch mal ein kiefer und dann kann ich hier ja das noch mal reinhauen stimmt wie weit bin ich da jetzt eigentlich können 1200 weil man halt keine bäume nicht fehlen aktuell aber das hat das problem so den samen kann ich was habe ich hier eigentlich ich nehme das alles mal oh die gurke nice ok die gurke brauche ich ich wusste nicht dass ich gurken schon angepflanzt habe na wow man verkauft das jetzt alles bis auf die gurke brauche ich dafür ein fässchen oder ein glas ne glas würde sinn machen ja nochmal zwei gucken nochmal interagieren erntelager yes Zuckerrohr Zuckerrohr und nochmal Zuckerrohr da unten ist dann nichts mehr ok wir lassen uns ein glas leer werden das hintere wie immer dann können wir endlich diese scheiß Gurke einlegen warte mal ich lass mal noch ein paar da weil Gurken haben wir nicht so viele da habe ich glaube ich noch gar nirgends ähm jetzt gehen wir aber endlich zum fest so da quatscht man dann einmal im Schnelldrucklauf mit allen und dann let's go ja da gibt's auch wieder Minispieler das muss man natürlich auch machen hm schackkippen wo ich jedes Mal verkacke cherryblasham ich bräuchte auch was zu trinken aber ich hätte sogar was zu trinken ich hole was zu trinken ihr bekommt wieder nichts davon mit ah ja jetzt hätte dir fast was davon mitbekommen so ich habe jetzt richtig leckeren leckere richtig lecker hey weg zum mix ohne kohlensäure achso vielleicht war das auch jetzt mit den Leuten ja warte mal passierte den Gegenstand im hotpot achso nehm ich den Kürbis mit Kürbis gespendet für hotpot ach Souvenir ja auch geil oh man und ich habe keine kein Geld dafür ich gehe jetzt ganz schnell durch ne ja wir kennen das ja schon die das Ding hat sich nicht geändert was sie da sprechen aber ich will halt die herzen kriegen dafür dass ich das achso mit der habe ich gerade mit der wollte ich quatschen vielleicht die herzen dafür bekommen dafür dass ich sie am event angequatscht habe so das Buffet sieht toll aus ja aber was welche welche Zweifel hast du fürs Buffet denn Frank ist der beste Mann jawohl Frank beste Mann Juri ne will ich doch gar nicht ich bin mit ihr genau du bist dann Scott Leo Ben Theo ich will mit dir nicht singen ich kann nicht singen Hallo Hallo Judge Ross dann habe ich euch hier noch Hallo Millie Hallo Millie Mit Millie kann ich nochmal Achso ja ich will die Minispiele auch schon noch ausprobieren aber erstmal rede ich mit euch alle Hallo Sunny ich mach beim Sack Hüffe auch mit aber ich glaube ich bin da richtig schlecht oder ich glaube ich bin da richtig schlecht oder so natürlich ist Vaku am See ich glaube ich werde etwas in diesem Tumpeng für Papa einpacken glaubst du das ist später noch gut ist ja bestimmt so guck mal guck mal dich habe ich vergessen hallo Eleanor ich muss endlich mal alle befreunden ich bin da richtig schlecht aktuell okay so aber ach guck mal da steht da noch einer hier hi 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 charles ist hier noch irgendjemand okay dann registrieren wir uns mal hier für den sind die belohnungen zu bausamen ok ja ich starte den mal ich habe keine ahnung wie man den macht was muss ich denn so wow ich muss ein bisschen pause machen ein bisschen pause machen oh wow dass das war richtig knapp so fortfahren perfect 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 perfekte perfekt 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 scheiße muss immer ein bisschen warten jawohl bis ich es wieder aufgeladen hat sind wahrscheinlich viel zu gut für mich scheiße scheiße jetzt muss ich grad voll konzentrieren noch ein ich habe ja wohl richtig viel asche gekriegt 1800 was kann ich denn noch machen ach so das war's na gut dann gehen wir mal zum hier die bereit für das hauptevent natürlich dass ich auf dem platz gleich geht es los ich bin bereit für das hauptevent ich habe es fertig vielen dank für eure beiträge verspenden muss es würde würde es uns die ihre erweisen zu probieren selbstverständlich danke bürger was zu kommen das ist nun scheiße so besteht für die einigkeit der stadt zeit zu probieren was ihr heute gemeinsam geschaffen habt sie ist in ordnung ich spreche nichts besonderes an dieser suppe nun so lange sie es bis kann man sie wohl als erfolg betrachten ich glaube der kürbis war das falsche vielleicht muss er einfach nur meine qualität hat sich gerade mein lieblings esser schreckt aber nicht so schlecht wie es klingt guten tag spieler nichts besser als ein burrito voller ihre angebauter zutaten hier ist ein rezept für deinen eigenen burrito maß ich hoffe es hilft ja nice wir gehen hier noch mal durch ein glas müssen wir ja leer werden lassen das haben wir dann morgen so viele von denen wo ich die eigentlich gar nicht brauche ach nee quatsch 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 geht auch mal raus ich brauche ja noch mal hier unten ja eine große feder und ein weißer der große feder abgeben machen wir heute noch wo sind die große feder überhaupt wo sind meine achte ist meine stifte große feder da große feder seltene tierzuchtprodukte da dann noch lahmabolle und die ding dafür muss ich halt erst level aufsteigen große feder weiß okay jetzt kann man schlafen gehen geht zu bett dass ich morgen erst zum neuen anfang muss zu arbeiten ja ja nächster tag geld haben auch noch gemacht 15 k brauchen wir dafür nicht ganz aber es wird wir haben ganz viele erdbeeren gemacht nice quatsch quatsch warum ist denn das jetzt so groß hier gucke keine ahnung warum das so groß ist so das kann weg ich habe jetzt nirgendwo eine gurke deswegen ach quatsch deswegen muss die online schon wieder voll ach so ich habe meine die erste fuhre wollte ich ja eigentlich verkaufen verkaufe ich das alles mal also alles was ich jetzt geerntet habe ich glaube das erntelag ist nicht dafür da dass man es wirklich jedes mal benutzt nee nicht die reichweite so interagieren so was haben wir denn ach blumenkohl und da schon die erdbeeren wir kaufen jetzt einfach alles was wir geerntet haben erdbeeren kriegen wir ja bald wieder und wir haben ja auch noch einiges an weiße bären warum habe ich denn da jetzt nur 5 bekommen verstehe ich nicht noch nur 7 ich hoffe die bringen richtig was auch kohle da habe ich jetzt wieder 11 warum das denn da nur 5 ich bin verwirrt ja man muss aber sagen ernten an sich geht schneller aber gut wie gesagt ist ja eigentlich auch dicht dafür da dass man es jeden tag leert sondern dass man es auch ein bisschen da drin lässt mache ich jetzt dann auch wenn du die erste fuhre erdbeeren verkaufen und jetzt lassen wir den boomstern mal da drin das ist richtig viele erdbeeren wir werden reich und dann können wir uns diese erweiterung kaufen vielleicht kann man sogar schon beide kaufen aber eigentlich bräuchte ich auch einen zweiten stall schade dass man keine bäume umsetzen kann und eigentlich ist du es am lieb Untertitelung des ZDF, 2020